mit und 20 pro positive berater und zwei negativen krass wieso geil einfach nur ich weiß nicht wieso Ich auch nicht, aber ich glaube, es liegt nicht an mir. So, was mache ich denn jetzt? Ich brauche Stoff, der wie Asche aussieht. Ich fange mit meinem Asche an Platz. Vielleicht nimmst du das... Ne, das sieht scheiße aus. Ich nimm jetzt deinen scheiß Penis in die Hand und kann keine Thron mehr öffnen, hallo. Jetzt aber. Was sieht denn wie Asche aus? Ich glaube, der Granit, oder? Ich weiß nicht. Ja, Granit sieht annähernd wie Asche aus. Ich hatte dir vorgeschlagen, das obere Akazienholz zu nehmen, also diesen roten Stamm da. Aber da ist ja immer so was Graues oder so drum und deswegen sieht das dann doof aus. Ähm, meinst du die Rinde oder oben, wo die ganzen Kreise sind? Da, wo die ganzen Kreise sind. Also das will ich jetzt nicht für den Fußballplatz nehmen. Da hast du ja nur Kreise auf deinem Feld. Weil Asche ist ja eher ein bisschen rot. Egal. Und nicht kreisförmig. Ja. Naja, mal sehen. Netherstein... Boah. Netherstein ist mir zu rot und der bewegt sich hier. So, zack. Zack. Was ist bei dir? Na... 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 Na gut, mach und nur auf Gott. Boah, heute ist der Wurm. Wie hoch ist das denn hier? Eins, zwei, drei, vier. Genau vier, ne? Alles klar. Das heißt... Eins, zwei, drei... Dreieinhalb... Vier. Ne. Boah, hier ist der wunderbarer Platz dafür. So, meine Damen und Herren. Hier entsteht ein Fußball-Scheiden. Na, du weißt, dass ich auch noch da bin? Ja, ich muss aber grad trotzdem überlegen. Ja, kann sehr weitelabern. Seelen ist so schwer. Entschuldigung. Na ja, hättest du dir mal die DVDs von Dimitri gekauft, hätten wir das Problem jetzt nicht. Ja, Entschuldigung, Mama. Ja gut, das passiert doch nicht. Ja gut, ich will ja keine Werbung machen. Aber die sind echt günstig. Und die sind echt gut. Sie sind gut. Ende. Sie sind einfach nur gut. Ende. IGN. Gut. Ja, gut. Ich nehme Granat. Boah, es geht schon wieder Nacht ab. Mann. Viel zu wenig Platz. Ich habe überhaupt keinen Durchblick. Boah. Na, das passt da vielleicht gerade eben noch so hin. So, zack, 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 zack. Was machst du? Ich mache gerade meinen Dachboden. Hab ich ja gesagt, das wird so ein kleiner Truhenraum. Cool. Das ist auch das Einzige, was da reinpasst. Ja. Weil da oben kannst du eigentlich nichts reinmachen. Ja. So, wie wär's mit da... Hund, halt die Fresse! Ich hab ganz kurz gesagt, das hättest du ihn gar nicht gehört. Aber dann... Ja, wenn der so abgeht. Dann, äh... Oh, shit. Dann höre ich den auf jeden Fall. Äh, ja, gut. Ja, wo soll ich denn das Feld hin machen? Oh, cool. Genau, wir haben ja das neue Bauernhaus. Hab mich immer noch nicht neu angewöhnt. Hm. Hm. Wie haben wir das hier gemacht? Das sieht doch richtig scheiße aus. Oh, wo soll das scheiß Feld hin? Ich würd's eigentlich hier vorne... Haustürmer. Du arme Alter, das hört sich immer so eklig an, ne? Ja, ich weiß. Ich will... Ich will ganz normal reden. Und dann kratzt mein Hals. Und... Boah. Ich erkälte mich langsam. Aber... Das erste Mal irgendwie... wird's so richtig... Ätzig nochmal husten. Ich hab' sonst nie irgendwie Husten gehabt. Ich bin froh, dass... Ich bin froh, dass mich das jetzt nicht so sehr erwischt hat. Das einmal dabei passiert aber... Das passiert eben, wenn man viel raucht. Hehehe. 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 Eins. Zwei. Eins. Zwei. Drei. Vier. Zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack. Hm, das passt nicht. Hä? Wie machen wir das dann? Hm, hm, hm. So. Wie passt das denn so? Eins. Zwei. Drei. Vier. So passt das. Lol. Lol. Zwei. 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 ja alles klar ja genau wie wär das denn ich nehme einfach als tribüne den berg den wir hier haben der ist sogar so ein bisschen gegrönt nein und dann fährt er so ein bisschen wie der naturtribüne ich glaube das mache ich brauche weiß ich wir haben hier doch zu wenig platz werden für ein scheiß fußballfeld das kann doch nicht wahr sein unbedingt umziehen und zwar jetzt pack die sachen und nimm dein holzschwert mit ok jetzt wird ernst jetzt es geht hin real so wobei ich lasse doch hier auf der flachen fläche einmal bitte schlafen gehen ja muss ich mal eben nach unten rennen muss man eben zu meinem haus rauf rennen den stairway to heaven ich kann nicht schlafen es sind monster in der nähe moon star monster habe ich auch gerade daran gedacht jetzt habe ich zwei herzen jetzt muss ich aber aufpassen die ganz ehrlich ich springt einem rüber ich glaube bei so einem bild werde ich die ganze zeit Albtraum kriegen ne das ist unglaublich da hör mal kurz ob du die tür hörst hast du an der tür gehört nö na gut das ist ja auch extrem schalte ich dir alles mit den einen meter wänden einen meter dicken wänden oder bin ich auch schon du hast mich aufgeweckt ich glaube dein bett ist verflucht ja du hast du mich kauen äh ne gut weil dieses russisch brot das zerstört die zähne ok wenn du meinst dann ist es ja also das war jetzt nur so ein so ein sprichwort ja ist halt hart aber was man sich auch denken konnte boah glücker fast wäre das portal dran gedingsbumst warum ist die witch denn immer noch da wie soll ich die dann bekämpfen ich habe angst vor denen und genau da muss ich bauen komm her du bitch boah ich greife die von hinten an was müsstest du eigentlich aufnehmen kannst du mal mal aus deinem fenster schauen Prozent ja ich bin Pascal meine Eltern sind wieder im zimmer um so zu machen das zwergst warum so was so Prozent kannst du mich aufnehmen sich gerade nicht um guck mal aus deinem sie der will wollen sich die wütsch die ok ich bin hinter der wird pass auf so oh oh jetzt ist er ah da 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 super oh Gott ah tot Ende 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 und es geht wieder hoch in die kammer ist aber weiter geht's da vorne habe ich die asche angefangen ja wobei lasst direkt einhörer ich bin hier mal gespannt ob sie so ein richtig geiles stadion hinkriegst somit eingang und so so tribüne und so weiter das ist nämlich das coole ich baue mich von ganz unten nach naja untere mitte so ungefähr nein von ganz unten nach ganz oben will ich mich bauen fängt mit dem scheiß ascheplatz an dann kommen die ersten tribünen ich habe ich das jetzt bald so ein bisschen simpel im kopf und dann alter geht die da vor halt du musst es einfach nur aufnehmen einfach nur einen scheiß kopf hinhalten nicht böse gemeint machen jetzt wird ich angesperrt jedenfalls haben wir viel zu wenig granit und da frage ich mich ob du vielleicht noch was in deinem kisten lassen nie guck mal bei mir ja scheiße jetzt bräuchte mich dann mehr gegrandet wo finde ich das denn in der höhlen eigentlich nur ja ich weiß nicht genau wo ich glaube du findest es auch so auf so stein bergen ja beim stein auf jeden fall das ist glückssache ja stimmt auf bei den freien flächen da ein berg zum beispiel beim geil und der geile bergberg genau hier habe ich noch 24 hier habe ich noch akats alter netherstein und so eine scheiße ok cool ach so hier habe ich bei mir noch 30 leder aber ich glaube die brauchst du ja ne grad nicht ja meine küsse da oben in meinem haus ist voller überraschungen so wie machen wir das jetzt wir machen das folgendermaßen mach doch ein scheiß tutorial machen wir das zweite 3 groß ich weiß nicht ein bisschen größer aber pass auf dass alles noch symmetrisch sein kann was wenn wir das jetzt so machen warte wir machen es anders zack 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 wie lange haben wir das jetzt hier gemacht 1 2 3 4 ok 2 3 4 zack zack dann gehe ich mir mal gar nicht holen zack 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 oh das ist doof das ist doof das ist doof das geht gar nicht so 2 3 4 ok es sind drei hm wir machen wir das ich weiß es doch nicht was ist wenn wir das so machen hm 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 hm